Herzlich Willkommen. Eine kleine Ausfahrt heute. Eine kleine Ausfahrt heute mit dem Roupour. Wir müssen heute auf dem IFA-Treffen. Niklas, das ist dein Roupour, da fahren wir jetzt mal rund. Matthias, deine Armee. Ja, deiner und Matthias, deiner. Genau, und da fahren wir jetzt mal eine kleine Runde übers Gelände hier Leute. Übers IFA-Treffen. Seid gespannt. Dann starten wir eine Maschine hier. Was hast du gesagt? Baujahr 91, ne? Und wie viel PS? 73 PS. Du bist ja abgelastet auf 3,5 Tonnen. Ja, abgelastet auf 3,5 Tonnen. Du fährst auch eine Runde hier mit. Und ja, lass mal krachen. Aber denk an den Caddy. Da hinten ist mein Caddy. Ne? Voll einlegen. Voll einlegen. Ja, ja, ja. Gerade. 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 So, jetzt fahren wir hier mal raus. Ich hoffe, die kriegt. Ja. Hier, alter Leute. Traktor. Schau mal. Guck mal, da vorne. Bus, Bus, mit Bus anhängen. Ist geil. Ja. Ja. Und Freienberg, gab's die wirklich so oder? Oder ist die gebaut? Was meinst du? Nee. Guckst du? Ja. Voll krass. So, drehen wir hier mal runter. Schöner alter Wappburg hier, ne? Guck mal, da vorne kriegst du noch rum. Die gab's auch. Die waren Handgeil. Ist ja eigentlich das Richtige. Ja. Ja. Oh, es stinkt schon ein bisschen nach Diesel hier. Ja, ist es nicht. Ja, was war denn das hier? War ein Mischer? Da war der Beton drin hier oder was? Das haben sie umgebaut bestimmt. Guck, so an hier, den kannst du aber nicht fahren, oder? Wir haben so schön einen Schatten verzogen hier oben, ne? Wir haben alles richtig gemacht. Über der Rampe, ja. Ja, wie gesagt, das ist der letzte Robur, also einer der letzten Baureihen 1991. Ja, sieht doch nicht so aus, wenn wir da rauskommen. Nichts viel trinken, ne? Hahaha! Leao! Wer sind Sie denn? Hallo! Ich bin der Neue. Und du? Prost! Ein Öfleck! Fahr nochmal hier hinter. Ja, ich bin der Neue. Ja, ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Ja, ich bin der Neue. Wir haben die Saar aufgestellt, okay? Das ist halt der absolute Hammer, so ein Kofferaufbau hier. Das ist halt geil. Guck mal, jetzt kannst du hier hinten fahren nochmal. Hier rein fahren. Ja, über Stock und Stein. Stehen langsam. Wenn ich alle sehe, denke ich, du bist mein Kind, ich lass dich fahren. Krieg los. Dahinter nicht unbedingt, oder? Hier über die Wellen, das reicht auch schon. Ein wenig schütteln. So, jetzt wird's holprig. Gehen langsam. Na, wie ist da hinten drauf? Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Ich glaube, es gibt die Lände hier oben. Das gibt's auf Sparhof, Niklas, oder? Das sieht man. Aber das Dach und Nadel hier, die 60, die müssen wir schon ein wenig weiter höher drehen. Das Orange ist immer 120, 140 kleben. Aber wie er jetzt so schön, der langsam fährt wird lang gesehen. Und lebt ihr alle noch? Ein Geholper, ein Geholper. Ein Geholper, ein Geholper. Pass auf wie das Kacke. Mein Bier oxidiert und dann hier. Hallo. Ciao, Bier.